Drei Leute sind noch da, die stehen hier. Wir haben die Salz-Ufler-Straße-Zirken-Mieten, ja. Ganz schnell. Ganz schnell, die Leute sind noch da. Die Leute gehen gerade. Das sind drei Leute, schwarz gekleidet. Ja, nochmal! Sie sind noch da, kommen Sie bitte, wir sind selber in dem Haus. Bitte beeilen Sie sich. Wir wohnen hier in dem Haus. Sie haben jetzt die Chance. Einer steht hinten auf dem Parkplatz vom Amtsplatz. Volksbank. Volksbank, hinten auf dem Amtsplatz. Jetzt rennen, es waren insgesamt vier. Es waren insgesamt vier, sehe ich gerade. Jetzt rennen sie alle weg, die rennen alle weg zum Amtsplatz hinten.